Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Sticker to the Stickman. Und heute werden wir versuchen, für 8 Dollar den Typ da mit dem Tier zu spielen. Der da. Ja. Wieso? Wir sind Sticker. Dankeschön. Test-Dodger. Oh. Ja, dann. Jetzt macht es den Wieser weg. Ich gar nicht. Denn Test-Dodger. Und wir werden... Ja, wir werden einfach versuchen, den Boss zu töten mit ihm. Boah, ey. Ich hasse nur Sachen zu machen. Und genau deswegen werde ich jetzt alles zusammenschlagen. Ja. Das wird echt mit Fire-Digger. Ich wirf den verdammtes Papierflieger. Was ist geiler? Noch ein Papierflieger. Let's go. Ich töte dich mit Papierflieger. Oh nein, 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 nein. Ich will das. Ja, ich mach alles. Ich bin wirklich ein Papierflieger. Ah, das ist so geil. Noch eine. Das ist geil. ich suche den mit bei ihm. Ich brauch einen Springerfliegeräten schmeckte was denn gerade? Rieser war nach hinten, okay. Okay, oh mein Gott. Ich muss runtergehen. Was? Hahaha. Hahaha. Der, der. Was? Ich dachte sie tot. Wow. Ja komm, das ist wirklich gut bei mir. Wir werden es nochmal versuchen. Und wir werden nicht den Papierflieger nehmen. Der ist nicht gut. Wir sind immer noch nicht ver... Komm. Komm bitte, hör auf, okay, hör auf. Danke. Wir nehmen nicht den Papierflieger. Der ist nämlich Trash. Let's go. Du hast gefeiert. Komm mal ruhig. Oh, ich sollte mal schlagen. Was ist das da? Dartroll. Äh, wir nehmen den... Elbow Slam. Ja. Ich will das. Was ist das da unten? Oh, das ist mehr Menschen. Okay, das war nicht so gut. Wir nehmen den... Gehtrapt. Elbow Slam. Bam. Elbow Slam. Elbow Slam. Elbow Slam. Elbow. Ich brauche äh... Verbesserungen. Oh, wegen der Doge Teleporter. Ist besser als der Doge, oder? Oha, ich port mich an Wildtag. Oh, ich soll da unten noch die drücken. Oh, ich soll Kaffee trinken. Wäre schlau. Dankeschön. Oh, ein Kaffee. Nein, ich habe es gar nicht mitbekommen. Da ist was. Oh, ich bekomme es nicht mehr. Papierflieger. Albo Slam. Gebräck. Span. Perfekt. Ich nehme das. Äh, wir nehmen... Rockhart. Wund. Parch. Ja, wir nehmen das. Teleporten. Wow. Boom. Stirb doch mal. Dankeschön. Jungs. Ich muss es verstehen. Ich töte gerade Menschen mit... Mit... Mit einem Papierflieger. Okay, was gibt es? Stronger Kick. More Health. More Ammo. Wir wollen... Stronger Kick. Wir haben nur einen Kick, aber ey. Stronger Kick. Bad. Black Hole. Ich nehme das. Wir haben einen Black Hole. Versteht ihr das? Ein Black Hole? Wow. Oh. Hehehe. I brauch keinen Kaffee. Das war der Typ wieder. Der Typ ist nicht weggebracht. Elboslamm. Get ripped. Elboslamm. Get ripped. Elboslamm. Get ripped. Elboslamm. Oooo. Oh! Hahaha, er det mobbing? Will target. Hahaha, er det nicht mehr? Wie spann das jetzt? Oh, ist das? Komm her. Oh, kommt der. Oh, kommt der. Håker. Dankeschön. Ich nehme... Extra Roll. Ich kann gerne noch eine Black Hole. Wow. So schnell kann man sterben? Pff. Uh, eine Banane. Eine Banane. Oh, sieht er aus. Dropkick. Ich nur eine Banane. Was ist besser als eine Banane? Genau. Oh, ich is das. Ah, okay. Wach, ich rauch noch alles. Das ist heilig. Ich kann nicht mehr was... Wahrscheinlich heilig mit. Wahrscheinlich heilig mit, aber nicht. Ich kann aber früh. Perfekt, dann könnt ihr auch Menschen töten. So, ich nehme den von Enemy that missed me fall over. Das macht Spaß mit Black Hole, der ist so mächtig. Das ist wirklich eine Banane, unnötig, bitte. Geh mir das, ja. Deutsche? Oh, ich hätte gerne noch ein Teleporter. Ich meine schwarz, doch. Oh, ich habe noch ein Teleporter. Oh, ich habe noch ein Teleporter. wow kam noch nicht so einfach immer getötet das gefällt mir immer noch eine schwarze ich bin doch nicht mein boss, oder? oh mein gott send you shit, send you shit oh mein gott der porta hat mir den hars gerettet stirb, 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 stirb stirb, stirb komm geh doch runter uuuuuff dir das war einfach jetzt ein heirateter aber tut mir leid ich brauch das und gib mir das sei es händelt schau was hast du gesagt? was habt ihr gesagt? komm 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 ich liebe den Feuerlöscher komm 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 du bist doch zwei morgens los muss aufpassen mit dem doch das ich brauche das bitte geht mir ja noch ein schwarzes loch hey yo yo was kommt wenn du bist das ist nicht mal normal ich habe eine hunderte combo ist es noch so schade ich nehme den messer ja das macht schön viel damage weiter es macht elf damage die jungs ich leuchte seht ihr das ey der feiler ist viel zu pissig wie was ich wollte auch machen k k k k k k k k Musik Wink So einfach könnt ihr die Leute überlegen. Also wir haben ja gerade ja nicht gemacht, dass wir den Jaden dabei sind. Das war schloss. Kann ich wieder was machen? Musik 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 Ich werde größer. Das ist gemein. Noch nicht? Was habe ich denn gerade gemacht? Messer. Hab ich gerade mein Messer verfehlt? Ja, ich habe gerade mein Messer verfehlt. Das sind Leichen. Ich sollte nicht auf Leichen schießen. Reduce damage. Was ist das? Increase max health for every move. Und das? Die Lampe da unten. Er hat's überlebt. Er hat's immer noch überlebt. Aber... Ich bin untergefallen. Trink Kaffee, trink Kaffee. Kann ich ihm? Ich muss neu laden. Und er muss direkt töten. Ich verstehe das nicht. Mach mal mach das damage. Mach mal nicht. Ja, 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 ja. Schön, schön so, schön so. Komm runter. Komm doch nur runter. Komm. Bam 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 bam. Komm. 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 Ich bin der Profi. Der wird immer besser! Der Boss wird immer besser, jetzt verstehe ich den Sinn von dem Spiel. Ja, jetzt macht alles einen Sinn. Können wir überspringen, ehrlich gesagt. Oh, 2 Millionen. Oder 2 Tausend. Ich finde das gleiche. Wir sind Platz 7. Okay, was schalten wir neu frei? Oh, warte, wir hatten ja das, oder? Secure Reception. Was ist das? Wir haben eine Marjo gebaut. Okay. Wir haben eine Marjo gebaut. Oha, der Typ werden wir nächstes Mal spielen. Das ist entschieden. Wir werden nächstes Mal der Typ da spielen. Ja. Also freut euch drauf. Freut euch drauf auf nächste Folge. Wir werden nächste Folge, nicht für 25 Dollar arbeiten, und den Typ mit Gewehren spielen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Like und Abo da. Und... Ciao! Ciao!